Hier geht's mit Elie Gella. Elie Gella, du bist der Beste, Mann. Ich liebe dich. Herzlichen Glückwunsch, Elie, ich bin großartig und ich sehe dein Video auf YouTube. Checkt auf jeden Fall die Tricks gleich von unserem Magier ab. Der kann auf jeden Fall krasse Tricks und wir sehen uns dann gleich hier in der Crowd. Wo sollen die niemals hin? Nicht in meinem Kopf. Fangen wir mal mit irgendwas an, weil ich glaube die Zuschauer zu Hause denken sich auch schon so, was ist dieser Magier hier, der haben wir nicht mal zaubert. Deswegen habe ich tatsächlich für euch was vorbereitet und zwar will ich mit euch was machen, was einerseits klassisch ist, aber andererseits ein bisschen anders funktioniert. Und zwar, man kennt es ja so ein bisschen von Magiern, man hat Karten dabei. Mit Karten kann man echt, echt viel machen, aber interessanter wird es, wenn man die Karten nimmt und mit ihnen was Neues probiert. Und was meine ich mit was Neues? Sie haben vorher schon so ein bisschen über Gedankenlesen so gesprochen. Es ist nicht direkt Gedankenlesen, als eher Vorhersehen. Und zwar habe ich eine Vorhersage gemacht. Bevor ich hier reingelaufen bin, bevor ich euch hier überhaupt alle gesehen habe, bevor du mir alle vorgestellt hast, habe ich mir tatsächlich so ein paar Gedanken gemacht und habe eine Art Vorhersage gemacht. Und diese Vorhersage befindet sich aktuell noch in meiner Tasche. Okay, kann man gerade noch sehen? Ja. Okay, okay. Das ist extra eine blaue Karte. Liegt ganz einfach daran, weil wir hier rote Karten haben, dass ihr nicht denkt, dass ich hier schnell irgendwas gleich raushole, da rein tun. Wir haben hier ein paar Karten. Und man kennt es ja so, man wird erstmal, eine Karte wird gezogen und dann guckt man erstmal weiter. Wir wollen diesen Standard, sage ich jetzt mal, diese Tradition nicht direkt brechen und machen jetzt einfach mal folgendes. Sag doch mal, stopp, was du willst. Stopp. Okay. Die Jungs hier sind sehr, sehr präzise. Das gefällt mir. Einmal nachschauen. Guck dir die Karte an, zeig sie ruhig im ganzen Publikum hier. Achso, wartet mal. Wichtige Sache, hier hinten ist kein Bildschirm, oder? Nein. Okay, das heißt, wenn ich hier hinschaue, könnt ihr es auch in die Kamera zeigen, ohne dass ich die Karte sehe. Okay, dann mach mal. Ja, okay, die haben schon gesehen. Ja? Okay, perfekt. Dann halt die Karte so an deine Brust, dass ich es nicht sehen kann. Wir machen gleich folgendes. Ich werde jetzt gleich meine Karten in meine Hand reinschießen und du wirst versuchen, diese Karte langsam, aber sicher reinzulegen. Okay, mega entspannt. Wir machen es ein paar Mal. Okay. Das heißt, deine Karte ist jetzt im Spiel und ich werde versuchen, sie zu finden. Aber ich habe schon gesagt, auf so eine neue Art und Weise habe ich ganz zufällig was dabei. Und zwar, mein Handy. Das ist ein verrücktes Handy, sage ich. Das sind ganz verrückte Sachen. Also so mit, das ist kein normales Handy. Ah, genau. Nee, weil tatsächlich, dann lasse ich dich auch tatsächlich mal dieses Handy mal anfassen. Check mal, Huffel, jetzt ist es hoffentlich ein normales Handy. Ich habe heute tatsächlich mal versucht, nicht mein Special Handy mitzunehmen. Es hat natürlich einen Pin-Count. Es hat eine fette Hülle. Es hat eine sehr fette Hülle. So mit, wo die Uhr anders geht und so. Warum? Da sind hier so Kabellöcher so. Nee, ganz schön. Wem würdest du jetzt anvertrauen, hier aus der Gruppe die Karten zu mischen? Ich, ich. Oh. Ja, dann komm mal kurz hier in die Kamera, dass wir es alle sehen können. Misch die Karten kurz für uns und ich werde so lange mein Handy hier kurz nicht sperren. Ich habe das Gefühl, alle wollen den Exposent. Nein, nein. Nein, überhaupt nicht. Ich will die volle Experience. So genau hat noch keiner gemischt, aber das freut mich sehr, dass du es ernst bist. Okay, vielen, vielen Dank dir. Das heißt, du hast die Karten jetzt gut durchgemischt. Okay, wir versuchen gleich folgendes. Deine Karte aus dem Spiel in das Handy reinzubekommen, okay? Das meine ich. Wir versuchen es gleich. Auf drei. Eins. Zwei. Und auf drei. Sehen wir tatsächlich was. Das Ding ist, die meisten Leute glauben mir nicht, dass es seine Karte ist. Das liegt ganz einfach daran, dass sie noch zusammengefaltet ist. Deswegen muss ich sie einmal rausnehmen. Die kommt hinter dem Handy, der vor euch hustet. Oder das geht gar nicht. Du kannst dich noch erinnern, welche Karte es war, damit wir keine Zufälle haben. Ich kann ja nichts machen. Sag mir ruhig zum ersten Mal, was die Karte war. Weißt du das? Soll ich die sagen? So einer? Ja. So einer? Ja. Aber ist die da jetzt noch drin, vielleicht? Okay. Hast du die noch? Nein. Hast du die noch? Was hast du denn? Die hast du jetzt noch. So, super. Das ist ein verbuggtes Handy. Ich kann nicht, das war da noch drin. Weißt du, was ich verstehe? Ich kann den Trick so einigermaßen nachvollziehen. Er hat die Karte rausgezogen, hinter dem Handy. Irgendwie. Aber wie hat der das mit dem... Ja, aber wie hat der die Karte denn... Ich weiß das doch auch nicht. Deswegen sitzt es bei mir. Wir machen das für den Anstieg, so ein, zwei Sachen mit euch. Und dann können wir uns mal entspannt hinsetzen und überlegen. Ich meine, von mir kriegen die eh keine Antwort. Aber vielleicht haben wir ja ein paar Leute in den Kommentaren, die schon die Antwort für haben. Die schreiben alles komisch. Sorry, dass ich unterbreche. Habt ihr das gesehen, Chat? Wie krass? Wenn du die jetzt Eli nimmst und ihn fünf Minuten zur Seite nimmst, könntest du ihm einen Zaubertrick beibringen und wir würden nicht verstehen, wie er geht. Das ist eine ziemlich coole Challenge. Wenn wir sagen, so fünf bis zehn Minuten. Ja. Okay, ich nehm die Challenge an. Kriegen wir hin? Ja. Bist du bereit, dass du den Zaubertrick lernst? Ja. Okay, gut. Dann wir bleiben noch ein bisschen sitzen. Ja, klar, klar. Ich muss zu überzeugen. Ihr habt ja schon ein bisschen gemerkt, ich habe um mich herum die ganze Zeit so einen kleinen Badge hier drumherum hängen. Kann ich dir so ein bisschen dieses VIP-Ventilchen, sage ich jetzt mal, umhängen? Okay, pass einfach gut drauf auf, dass keiner dran kommt. Wir machen es folgendermaßen. Ich habe hier so eine Art Envelope dabei mit so ein paar Entscheidungen, okay? Ein paar Entscheidungen, wo ich jetzt gleich eure Hilfe brauche. Wir können zusammen so ein bisschen gucken, was sich da drin befindet. Dann schauen wir einfach mal, was sich dabei ergibt. Ich brauche vielleicht kurz ein bisschen Hilfe. Eni, kannst du einmal rüberkommen? Okay. Sollen wir aufstehen, oder? Nö, nö, alles gut. Sie muss mir nur so ein bisschen helfen, damit ich das... Ach, ich dachte ich? Sie heißt E-Ni. Ach so. E-Ni-Sa. Du bist E-Li. Okay, sehr korrekt. Okay, wen haben wir jetzt tatsächlich? Wer hat das Bändchen gerade? Sydney. Sydney. Ja. Okay, das heißt, wir sehen Sydney und mich. Das heißt, Sydney, wir haben jetzt eine Wahl zwischen einer Reise, okay? Okay, bist du eher so der Typ für eine Paris-Reise, oder bist du eher so der Typ für eine Hawaii-Reise? Ja, Hawaii. Hawaii, okay. Bist du dir sicher? Ja. Hawaii-Reise. Okay, das heißt, Paris kommt weg, Hawaii gibt es einmal an dich. Okay, dann haben wir hier noch ein paar Bands, die spielen. Stell dir mal vor, du hättest jetzt die Möglichkeit, einen kostenlosen Trip zu bekommen, wo du aber so das maximale Erlebnis erreicht hast. Ich weiß, das sind vielleicht jetzt nicht die Bands, die jetzt 100% auf dich zutreffen, aber sagen wir mal die Musikrichtung. Du hast jetzt die Möglichkeit auszusuchen, welcher Superstar auf diesem Planeten für dich aufgibt. Würdest du dann zwischen Coldplay, ACDC und zwischen Spice Girls, wen würdest du da aussuchen? Spice Girls. Ich wusste es. Aber das ist auch eine sehr gute, das ist eine sehr geile Wahl. Das ist eine sehr geile Wahl. Das heißt, wir haben Coldplay und ACDCs fliegen einmal raus. Und Spice Girls. Ah ja, Spice Girls kommen für dich. Danke Mädels. Das heißt, wir sind gerade bei Hawaii und Spice Girls. Bist du eher so der Typ für einen entspannten Schokoladen? Oder eher so für so einen Whisky? Schokolade. Kakao. Kev, das ist Kev. Ich denke Kakao. Okay, den Kakao. Das heißt, für dich gibt es die Schokolade. Vielen Dank. Das heißt, der Whisky will auch einmal hier so ein bisschen injekten. Und jetzt haben wir ein paar Prominente. Stell dir vor, du bist jetzt dort. Du hast jetzt die heiße Schokolade in der Hand. Du hast dein Trip in Hawaii. Für dich tritt gerade live Spice Girls auf. Welchen Prominenten hättest du gerne an deiner Seite, der mit dir diesen Abend fangt? Wir brauchen eine Al-Option. Wir hätten einmal. Wir brauchen eine Al-Option. Wir haben einmal Kim Kardashian. Wir haben, wen hat man jetzt nicht gesehen? Wo ist es? So, wir haben einmal Brad Pitt. Wir haben einmal... Wir haben einmal... Eine Dame, die weiß, wie sie heißt. Das ist perfekt. Und einmal noch Johnny Depp. Von allen Optionen. Ich gehe mit KK. Das heißt, alle anderen fliegen weg. Und wir haben jetzt folgendes. Wir haben jetzt folgende Situation. Du hast dich... Darf ich mal so ein bisschen... Recap? So, wir haben einmal tatsächlich Hawaii. Wir haben Kim Kardashian. Wir haben Schokolade. Und wir haben Spice Girls. Wäre das so ein Trip, den du dir direkt vorgestellt hättest? Ja. Wirklich? Wir haben Whisky noch. Ja? Okay, sehr gut. Vielleicht doch ein Whisky. Vielleicht doch ein Whisky? Ja, bei der Konstellation ist eher Whisky passend. Bei der Konstellation ist eher ein Whisky passend. Wie nicht soll? Kannst du mir den Whisky einmal rausholen? Okay, gut, gut, gut. Ich verstehe das. Okay. Das heißt, Schokolade geht raus. Schnell mal, wollte er das mit Eingangansäger. Nein, nein, lass ich nicht. Whisky kommt dazu. Spice Girls kommen dazu. Ich habe noch, ist der Trick nicht passend. Das heißt, du kannst dir deine Kombination merken. Ja. Das heißt, Kim Kardashian, wir machen das Ganze weg. Das heißt, an deinem, wie nennt man das? Das deutsche Wort. Dein Necklace. Dein Necklace, okay. Ist die ganze Zeit so ein Teil. Darf ich das einmal haben für alle? Oh. Das heißt, das hängt die ganze Zeit an deinem Necklace. Kein Mensch ist rein gekommen, oder? Das heißt, wenn wir jetzt einmal da was rausgreifen, gut, haben wir schon, brauchen wir auch nicht mehr, haben wir ein Zettelchen. Der ist schon ein bisschen zusammengefaltet. Da steht ganz zufällig Hawaii drauf. Das ist, aber ich sehe, ihr seid nicht so begeistert. Das ist eher so eine 50-50-Chance, ne? Ja. Okay, verstehe ich. Kann ich so ein bisschen nachvollziehen, dass man nicht so happy ist. Aber das Interessante ist, wenn wir da noch die Spice Girls dazu bekommen, dann haben wir schon die Band, die du hast. Dann hast du dich sehr lange für das Getränk entschieden. Du warst dir nicht sicher, Schokolade oder Whisky, aber hast dich am Ende für den Whisky entschieden. Und der Prominente, kann es sein, dass es diese prominente Person war, für die du dich entschieden hast. Das ist dein Brotschein für dich. Okay, erst mal. Da hätte er jetzt auch Schurki sein können. In der Logik müsste ganz viele von diesen Karten leben. Ja, aber es gibt ja Kombinationen. Ja, aber die malen die ganze Zeit da drinnen. Und das Ding ist, er ist reingegangen, raus, Batsch, ich bin ja daneben. Ja, ja, ich auch. Ich achte die ganze Zeit auf deine Hände. Du hast deine Hände, dann kaufe ich nicht ab. Der macht so, schiebt alles weg. Er kann zaubern. Er hat einen Punkt, wo wir nicht aufmerksam sind. Oder er kann einfach zaubern. Du müsst ihn zaubern. Man weiß das nicht. Er ist ein Zauberer. Das ist Real Life Bug. Das ist Real Life Bug. Ich bitte dich einmal kurz Stopp zu sagen, wenn du Lust hast. Stopp. Okay, perfekt. Nimm die Karte, schau sie dir gut an. Oh, sorry. Zeig sie ruhig dein Anderen, ich schaue weg und platziere sie bitte in das Spiel oder gib sie jemanden, um sie es ins Spiel hat, zurück zu platzieren. Irgendwann geben. Also, falls du zu weit weg bist, meine ich jetzt mal. Na, ich würde sie halt wieder hier platzieren. Ole, mach rein. Steck wo rein? Ach, so war das. Ja, steck. Okay, ist wieder drin, der Lachse. Okay, einmal gerade machen, dass ich es nicht spüren kann. Das Interessante ist aber jetzt, dass es eigentlich fast egal ist, ob ich es spüre oder nicht. Okay, ich erkläre euch ganz einfach wieso. Ich packe jetzt die Karten hier weg, hier ist in dieser Schachtel sonst nichts drin. Ich habe euch von Anfang an gesagt, dass ich hier eine Vorhersage habe. Ja, ich steige mich mal kurz auf für euch. Eine Vorhersage mit einer blauen Karte anstelle von den roten Karten. Und jetzt ist die Sache folgende. Kann es möglich sein, dass ich, bevor ich hier reingekommen bin, dass ich mich hingesetzt habe, eine Karte rausgepackt habe und diese Karte ausgerechnet die Karte ist, die du gezogen hast? Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht ist eine sehr, sehr, sehr gute Antwort. Aber wir machen gleich folgendes. Du sagst mir zum Ersten, was deine Karte war und ich werde sie dann umdrehen, okay? Ich habe keine andere Möglichkeit. Ich muss sie dann umdrehen. Sag mir auf drei, was deine Karte war und ich schaue nach. Eins, zwei, drei. Herz sieben. Bist du dir sicher? Ja. Ganz sicher? Herz sieben. Herz sieben. Tut mir leid, Jungs. Herz sieben habe ich jetzt nicht parat, aber können wir vielleicht die Kammer ein bisschen näher bekommen? Ist das eine Top-Karte? Kannst du vielleicht deine Hand einmal kurz aufmachen für mich? Und einmal kurz. Oh Gott. Fühlen. Was passiert denn? Was? Nee. Das ist ein Kondom. Das glaube ich jetzt nicht. Nein, das ist kein Kondom. Das ist eine Karte, oder? Ja, machen wir auf. Nee, 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 nee. Nein, nein, nein. Sind denn das nicht mal? Aufmachen? Deine sind größer. Mach mal drauf. Wenn das jetzt deine Karte ist, dann gibt es wirklich Zauberer. Digga, wie kekt das? Wie hat er das denn da unbeöffent reingekommen? Aber wisst ihr, was das ist? Ja, und er hat so gemacht und hat gesagt, warte mal, er hatte die Karte in der Hand, hat gewedelt. Und du hast sie einfach reingesteckt, er konnte gar nicht fühlen. Und das Interessante ist, wisst ihr, noch ganz am Anfang habe ich euch was gesagt, dass ich was machen muss, bevor ich anfangen kann. Ihr habt ja schon einmal mein Insta reingeschickt, oder? Für die Gruppe. Ja. Das heißt, wer auch hier ein Handy hat, kann eine Person mal ein Handy aufmachen, mein Instagram aufmachen. Und jetzt klick mal auf meine Story. Das weiß ich, wie du es gemacht hast. Einer von den beiden. Die, 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 die. Was ist das? Ist die Karte da? Guck mal, da ist der Karte. Ja. Vor 19 Minuten. Ja, weißt, wie er gemacht hat, ne? Das ist gruselig. Lega. Ja. Wie geht das? Warte mal. Da ist einiges Falsches. Ich weiß nicht, was passiert. Yo. Alles gerade? Ey. Lega, versteht ihr das? Vor 19 Minuten? Du kannst es ja nicht mal faken. Shit, guck. Egal. Ranty. Wie ist es? Ja, das ist ja nicht so. Hauptschöpfe. Also, ist krass. Nein. Was für Photoshop? Ja, selbst wenn das Photoshop ist, ist es doch 19 Minuten her. Und das ist die richtige Karte. Ist doch 19 Minuten her. Und es, wie soll er denn wissen, dass es die Herz 7 ist? Ja, er hat doch random eine getogen. Ja, ja, ach, mir musst du es nicht erklären, die Idiot. Ich habe eine Erklärung, aber die ist Quatsch. Sag mal. Dass das Herz, dein Deck, komplett aus Herz 7 bestand. Ja, aber woher? Aber ich kann doch nicht wissen, dass du jetzt ihn pickst. Nein, das Ganze, Alter, ich habe gesalzt, abschalten, dann ist es abschalten. Dein ganze Deck bestand, aber das glaube ich nicht. Ich habe das Deck eigentlich ein bisschen reingeschaut, da war eine 3 und eine 4 und so. Ich kann, also wir können einen reinen Testversuch starten, okay? Also ich sage euch ganz ehrlich, auch Leute, die jetzt zugucken, es kann 50-50 sein, dass ich jetzt komplett irgendwie daneben gleich liege, aber es hilft mir, so ein paar Infos zu bekommen. Ich könnte mein Handy nehmen, aber würde mir jemand sein Handy anvertrauen? Nein, ich habe 5% Akku, ist das schlimm? Das wird schon ausreichen, okay. Damit das ist, Ton aus, Ton aus ist sehr, sehr wichtig für mich. Okay, sehr, sehr gut. Ich habe jetzt auch alle, bitte Ton aus, das ist jetzt für diese, eine Illusion, falls ihr ein Handy habt, bitte jetzt Ton aus. Ich gehe hier jetzt mal in Telefon, in Anrufen und wir versuchen gleich was, okay? Wer von euch kennt sich hier mit, wie heißt denn das, Vorwahlen besser aus? Ja, so was in diesem, kennt sich einer mit 4-9? Ja, das brauchst du. Nee, 4-9 ist doch... Was brauchst du? Irgendeine, irgendeine Vorwahl, also zum Beispiel, was ist die Vorwahl von deinem Handy jetzt? 0-1-5-1. 0-1-5-1? Wollt ihr 0-1-5-1 oder wollt ihr eine andere? 0-1-5-1? Oder 0-1-7-6. 0-1-7-6 habe ich. Aber 0-1-5-1 sagst du, ja? Ja, also ich mache da nicht Wunsch. Okay, 0-1-5-1. Von dir brauche ich mal eine persönliche Info. Fangen wir mal easy an, dein Geburtsdatum. 2.4.98. 2.4.98. Dann nehmen wir 0-2, das ist die ersten zwei, das heißt, wir haben es jetzt 0-1-5-1-0-2. Drei, hast du eine Lieblingszahl? Ja. Ja? 19. 19, dann geben wir 19. Das heißt 0-1-5-1-0-2-19. Korrekt, ja. Okay, gehen wir mal ein bisschen darüber. Darf ich, wann war euer erster Kuss? Darf man das wissen? Oder habt ihr ein Datum dafür? Oder irgendeine... Okay, sagen wir es mal so, nennen wir ein wichtiges Datum in eurer Beziehung, aber sag mir nicht, was es ist? 29.6.2015. Okay, dann 29. oder 6. Eins von beiden? Was soll ich nehmen? 29. 29. Das heißt, wir haben bis jetzt 0-1-5-1-0-2-1-9-2-9. 29. Chat kann ja mitmachen, oder? Ja. Will jemand aus dem Chat? I'm out on die raus. Nennt mal einfach zwei Zahlen, wer auch immer es jetzt als erstes hinbekommt, zwei random Zahlen zu nennen. Gott. Da geht der Chat nicht. Die ersten zwei, die wir sehen. Ja, die ersten zwei. 77. 77, 7, 17, 9, die erste, die erste, Das heißt, wir haben jetzt eine Zahl 0-1-5-1-0-2-1-9-2-9-7-7. Ich habe ja gesagt, ich will jetzt erst ausprobieren und diese Zahl anrufen. Das heißt, wir können es jetzt hier sehen. Das ist 0-1-5-1-0-2-1-9. Ich habe Ton ausgesagt, bitte. 0-1-5-1-2-1-9-2-9-7. Das ist dein. Kannst du mal ganz kurz? Hallo? Nein, ich gehe. Nein, 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 das ist ein Schummel-Handy. Das Handy, das Handy, ich verplucht. Jetzt fass das nicht mehr an. Ich habe ihn. Jemand guckt den Stream und hat sich genau in dem Moment angerufen. Aber die haben doch telefoniert. Und da wurde die Nummer angezeigt. War das deine? Ach, ihr habt den. Wir haben. Jetzt können wir auch, ob der Nummer gelegt werden wird. Vorsicht. Ey, ich finde das ist 54. Er hat random eine Nummer eingegeben. Er hat mein Geburtsdatum eingegeben. Und das, das ist dann, oder er hat doch nicht gezeigt, was er eingegeben hat. Vielleicht hat er nicht seine Nummer eingegeben. Ja. Er hat einfach seine Handynummer eingegeben. Warte. Er hat einfach seine Handynummer eingegeben. Wenn jemand aus dem Chat jetzt anruft, hier auf die Nummer, haben wir ja verpflichtet. Er hat einfach seine Handynummer eingegeben. Das ist eine gute Frage. Ich habe es noch nie probiert. Das ist tatsächlich ein Zufall, weil das ist eigentlich auch nicht meine Handynummer. Hast du das Deck noch? Das Deck. Mit den Kim Kardashian's? Mit den Kim Kardashian's. Wirklich? Du bist der schlechteste im Mom-A-Spieler. Ich habe da, glaube ich, was bei Kim Kardashian gesehen. Das habe ich auch gesehen. Was denn? Da hing irgendwas rund. Bei Kim Kardashian. Da war was hinter, hinter der Kim. Ja, da sind trotzdem da noch so viele Baustellen. So ein Viereck. Hast du noch was? Ich habe immer was dabei. Ich überlege gerade, was haltet ihr davon, wenn ich euch mal einen Zaubertrick wirklich jetzt mal allen beibringe? Allen? Okay. Also, es wird folgendermaßen sein, es ist eine Illusion. Es ist eine meiner Lieblingsillusionen, tatsächlich. Ich habe sie als eine der ersten Sachen gelernt, aber ich finde sie bis heute eine der spannendsten Sachen. Und den kann tatsächlich jeder auch zu Hause nachmachen. Ihr müsst euch nur aufschreiben, was ich euch jetzt gleich zeige. Also, ich werde es einmal zeigen. Ich werde es euch einmal, sage ich jetzt mal, präsentieren. Und dann werde ich euch Schritt für Schritt erklären, wie dieser Trick funktioniert. Okay? Es ist... Ich glaube, es ist eine, ich habe es mal gelernt. Oh! Es ist die Illusion mit dem roten Tuch. Okay? Die Illusion mit dem roten Tuch funktioniert folgendermaßen. Ich mache es so ein bisschen für die Kamera, aber ihr seht es ja alle trotzdem sehr gut. Wir machen es jetzt eh gleich einmal so direkt für die Kamera. Das heißt, die Karte, oder die Karte sehe ich schon. Das rote Tuch kommt in das Ei rein und dann mit einem magischen Schnipser, wie man das so kennt, insbesondere wenn man die ersten Zauertricks lernt, dann verschwindet das Tuch. Danke sehr. Danke sehr. Hören wir die andere? Du glaubst mir nicht? Nein. Ich schaue für dich nach. Es ist weg. Das ist ein Scherz. Oh! Ja, geil. Ey, es war einer meiner ersten Zauertricks. Es ist jetzt bei irgendjemandem... Nein, nein, nein. Nein, okay, ihr habt mich... Das ist noch in seiner Hand. Es ist... Ja, nicht? Es ist... Das Tuch ist nicht verschwunden. Es hat sich bloß in ein Ei verwandelt. Und in die Meisterung? Aber das Interessante ist, es hat sich nicht nur in ein Ei verwandelt, sondern das Tuch ist auch noch in meine andere Tasche teleportiert. Wuhu! Und dieses Trick werde ich jetzt allen beibringen. Ich kenn den Tuch. Ich hab schon gesehen. Das kann ich ja mal machen. Nee, ihr könnt euch... Ihr könnt... Also ich meine, Leute, die direkt neben mir sitzen, haben das natürlich ein bisschen besser gesehen als andere. Aber von vorne sah das, glaube ich, ziemlich convincing aus. Aber das Interessante ist ja, das Ziel von diesem Trick ist eigentlich nur, dass jeder zu Hause nach dem Zuschauen wirklich einen Trick nachmachen kann. Und ich verrate euch das Geheimnis. Es ist relativ easy. Wow. Manchmal... Wie soll ich es euch zeigen? Weil ihr seid ja heute so ein bisschen auf dem Trip. So können wir rausfinden, wie die Magie geht. Manchmal muss man ein bisschen einfacher denken. Es ist ein hohles Ei und da ist... Da ist ein Tuch drin, Lustig. Um diesen Trick nachzumachen, braucht man ein paar Sachen. Man braucht einmal zwei Tücher, weil für eine Teleportation von einem Tuch braucht man zwei Tücher. Das ist ja jetzt im Nachhinein ein bisschen klar. Und man braucht einmal so ein hohles Ei. Okay? Was macht man mit diesen Sachen? Man braucht so eine Art Preparation heißt es, beziehungsweise Preset nennt sich das in der Magie. Das heißt, man muss ein paar Sachen vorbereiten, bevor man rauskommt. Das heißt, das Ganze lag ja die ganze Zeit in meinen Taschen rum. Es war schon an der richtigen Stelle. Das heißt, ich konnte dann flüssig performen, wie bei ein paar anderen Sachen. Das andere Tuch kommt in die Tasche rein, wo es gleich am Ende teleportiert werden soll. Je nachdem, wer es wo haben will. Ich mache es immer in diese Tasche, deswegen packe ich es jetzt einmal da rein. Und dann brauchen wir das andere Tuch, dass es egal wo es ist, bei mir ist es in meiner Innentasche, weil sonst ist da halt nichts. So, jetzt seid ihr ready mit den Presets. Das heißt, ihr kommt raus auf die Bühne oder in dem Fall gesetzt euch neben die Leute und dann fangt ihr an. Ihr zeigt eure Hände leer, geht in eure Tasche, zeigt einmal das rote Tuch. Jetzt ist immer das Wichtigste. Dieses andere, dieses Fake-Eye muss ja erstmal rausgeholt werden, ohne dass es jemand mitbekommt. Und das müssen wir ein bisschen unauffällig machen. Das heißt, wenn ich jetzt direkt in die Tasche reingreife, dann bekommt das ja jeder mit. Ablenkung kann folgendermaßen aussehen. Entweder ihr erzählt irgendeinen Witz, wenn ihr keinen Witz habt, dann keine Ahnung. Im Prinzip in dieser Zeit, wo alle abgelenkt sind oder wo ihr vielleicht mit dem Tuch so ein bisschen rumwedelt, greift ihr unauffällig in die Tasche rein und holt das Fake-Eye raus. Okay? Jetzt ist die Sache folgendermaßen. Ihr habt das so in der Hand und jetzt fangt ihr an, das in dieses Loch reinzutun. Jetzt natürlich von vorne sieht das so aus, als würdet ihr es in eure Faust reintun. Die Leute und ihr wisst natürlich, das geht die ganze Zeit in euer Eier rein. Okay, wir machen mal folgendes. So, jetzt. Vollere Situation. Alles, was jetzt noch passieren muss, das habt ihr auch schon mitbekommen, man schnippst, man zeigt, dass es da ist, geht in die Tasche und zeigt, dass das Tuch teleportiert ist. Und dann nimmt man sich seinen Applaus. Aber jetzt ist die wichtigste Sache. Wir haben ja schon ein paar Leute gehabt, die es auch von der Seite ein bisschen mitbekommen haben, wie es funktioniert. Und diesen Leuten müsst ihr natürlich beweisen, dass hier kein Tuch drin ist. Wie macht man das? Ganz easy. Hat jemand vielleicht ein Glas für mich oder so? Für Leute, Leute, also wenn ihr jetzt das machen werdet und ihr macht wirklich alle Schritte Schritt für Schritt nach, kann es ja sein, dass jemand hinter euch sitzt. Das kann auch sein, das passt alles gut. Das kann sein, dass Leute neben euch sitzen. Das heißt, die werden das Geheimnis sehen. Was macht man in diesem Fall? Man macht ganz einfach einen zweiten Schnipser und dann kann man das Geheimnis wegmachen. Und wenn dann immer noch jemand denkt, dass das Tuch in dem Ei drin ist, nimmt man einfach folgendes. Man nimmt das Ei, und zeigt den Leuten, dass ich wirklich kein Tuch drin bin. Hä, was ist ein Wichser? Ich habe das gar nicht gesehen. Ach, du hast das, wo alle auf das Glas geguckt haben, hast du ein richtiges Ei rausgeholt. Wenn du den Stream guckst, ich habe mich die ganze Zeit festgehalten. Wo hast du dich festgehalten? Die ganze Zeit nichts bewegt. Ehrlich? Es war von Anfang an das echte Ei. Nein, er hat es ja reingesteckt. Digga, er hat uns beim Trigger verarscht. Ich war gerade, ich war gerade neben ihn und habe gesehen, wie er nochmal das stützig, 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 das rein. Hat er es wirklich reingesteckt? Männer, ich sitz hier. Oder? Du hast es auch gesehen, oder? Oder? Ich war das Ablegungsmanöver wahr, um uns vorhin was ein Ablegungsmanöver zu erklären. Irgendwo da in der Zeit ist irgendwas passiert. Ja, du bist ja eine kaum Schatzverstanden, Bro. Er sagt ganz ehrlich, guck mal auf dein Handy, guck mal auf dein Handy. Du hast ja schon gesagt, du hast mit ein paar Leuten hier so eine brüderliche Verbindung. Wer hat so, wer denkt, wenn der Ekte von euch hat so die engste Verbindung zusammen? Änder so ein Musstif. Ja, weil beide nicht... Ja? Okay, kann ich mit euch was probieren? Sehr simple. Okay, kann ich euch, wie machen wir das? Ich stelle euch mal, wir können, so die Kamera kann, so ruhig noch ein bisschen, so in den Sand, wenn man sich irgendwie ein Bild oder was verdeckt. Kann ich euch? So auf? Ja. Okay. Schaut euch mal beide gut in die aus. Spürt ihr etwas? Nein. Aber ihr habt gemeint, ihr habt eine Verbindung miteinander? Ja. Okay, wir werden versuchen, diese Verbindung gleich so ein bisschen zu testen, zu gucken, ob ihr wirklich eine Verbindung habt. Mach mal die Augen zu. Okay. Versucht euch mal, auf euer Gegenüber zu konzentrieren und alles andere außenrum so ein bisschen gehen zu lassen, sage ich jetzt mal. Atmet einmal tief ein und tief aus. Wenn ich euch jetzt berühre, müsst ihr nicht direkt reagieren. Ich werde euch jetzt gleich berühren und ihr müsst mir sagen, ob ihr was spürt oder nicht. Erst die Berührung abwarten und dann frage ich euch. Okay? Okay. Ich werde berührt. Okay. Habt ihr eine Berührung gespürt? Ja. Ich versuche es nochmal. Ihr müsst nicht direkt reagieren, wenn ich euch berühre. Erstmal nur versuchen, die Berührung zu empfangen. Okay? Ich mache mal. Was gespürt? Ja. Okay. Konzentriert euch nochmal. Einmal tief einatmen. und aus. Wieder. Euer Ziel ist es, euch zu fokussieren und euch aufeinander abzustimmen. Sieht richtig aus. Macht eure Augen zum ersten Mal auf. Nur ja oder nein. Habt ihr eine Berührung gespürt? Ja. Was? Nein. Was? Warte mal. Jetzt? Das ist viel wichtiger. Du darfst dich nicht in deinen Kopf achten. Ich sage, ich schwöre. Wo habt ihr die Berührung gespürt? Soll ich sagen? Ja, warte. Stopp. Sonde auf eins? Nein, nein, nein. Du sagst. Nase. Was? Ich auch. Ballert rein. Ballert rein. Was? Ja. Was? Was? Oh mein Gott. Ich schwöre auf meine Mutter sogar. Ich habe erst auf meine Nase gespielt. Das Ding ist, weil Boa soll eine Nase bis zum Oktober, weil bei mir wurde die Nase getatscht, wenn ihr das gesehen habt. Ja. Bei mir habt ihr gesehen. Ja, wo soll er deine Nase wissen? Mäßig. Also er verarscht uns auf jeden Fall. Es gibt irgendeine logische Erklärung. Ja, natürlich. Du kannst ja nicht zaubern. Du kannst ja nicht zaubern. Also Chad, was erwartet ihr? Der kann ja nicht zaubern. Was? Der hat ja keine Magie. Ich glaube wirklich, es gibt Leute, die zaubern. Ja, nein. Ihr werdet mich schon verrückt hätten, aber ich glaube wirklich. Erstmal klatschen, ey. Also, ich gehe da jetzt rüber. Ich gehe jetzt auf sein. Also das Ding lässt mich heute Nacht nicht schlafen. Da brauche ich, sonst lasse ich das hier nicht raus. Du erklärst mir das nachher. Also, lass da auf seinem Kanal ein Follow da. Gut, also ich lerne jetzt einen Trick. Ich überlege mir jetzt, welchen Trick ich dir beibringen kann. Aber wenn wir die Zeit sinnvoll überbrücken, schau die Eis. Wollt ihr noch ein bisschen Magie von schau die Eis? Ja, schau die Eis. Weg zum fucking 9 von schau die. Gerne, gerne. Und du bist jetzt dein Bruder. Genau, ich bin der jüngere Bruder von dem Christa Kern hier. Und ich zauber auch. Zum Beispiel, seitdem ich 6 bin und seitdem der 6, 7 auch sind, stehen wir beide auch auf der Bühne und machen das auch professionell. Normalerweise mache ich ja in letzter Zeit eher Musik, aber für euch habe ich speziell etwas mitgebracht. Und zwar, normalerweise würde ich das gerne mit einem Pärchen machen, aber ich weiß nicht, vertraut ihr dem, dass die sich nicht abgesprochen haben oder wollt ihr jemand anderes sagen? Ja, ich will die zwei. Weil ich kenne euch beide ja heute zum ersten Mal. Die sind gut, die sind gut. Ist Fibi hier? Ich habe ein paar Karten mitgebracht und der Unterschied zu diesen Karten von denen, die mein Bruder benutzt hat, sind, dass die alle weiß sind. Und die Rückseiten, die sind alle mit einem Bild und zwar ist das ein Bild von mir früher, als ich mal, keine Ahnung, 7, 8 war. Kennt ihr auch mal den? Ja. Genau. Das sind alles weiße Karten mit dem Rücken von hier, von meinem Bild. Und was wir jetzt machen werden, ist, wir werden versuchen, ob Karten miteinander kommunizieren können. Okay? Ich werde hier jetzt einmal einen Stift rausholen, mache ihn einmal auf und bei Karten ist das so, sobald eine Karte gezogen wird oder irgendwie markiert wird, ist sie ja anders in diesem Kartenspiel. Ich würde dich mal bitten, schreib mal deinen Namen drauf. Perfekt. Okay. Diese Karte ist jetzt einzigartig in diesem Kartenspiel, die ist markiert. Die habt ihr jetzt alle gesehen? Sieht man das gut in der Kamera? Perfekt. Ihr habt es auch gesehen. Wir nehmen diese Karte jetzt, falten sie zweimal, und diese Karte würde ich dich jetzt bitten, beiß einmal drauf. Soll ich wegkommen? Also so einfach. Ja, einfach drauf beißen und behalte sie im Mund. Behalte sie im Mund. Okay. Wir werden jetzt nämlich eine weitere Karte nehmen und ich markiere diese Karte jetzt auch mal kurz und ich schreibe mal drauf. Mein Name ist nämlich hier für die Kamera Schotti. Diese Karte habt ihr jetzt auch alle gesehen, die ist markiert. Wir nehmen diese Karte und falten die auch zweimal und ich würde Sie bitten, dass du jetzt einmal diese Karte nimmst. Dein Christername. Ja, mein Christername und beiß einmal drauf. Beiß drauf. Perfekt. Schaut euch jetzt an. Darf ich die raus? Ja, mit der Karte im Mund. Auf jeden Fall nicht rausholen, weil das ist wichtig für den Trick. Schaut euch jetzt an, den seht. Er sieht schon lustig aus. Okay. Hey. Schaut euch an. Und auf drei macht ihr die Karte in den Mund rein. Eins, zwei, drei. Komplett rein. Okay. Komplett rein. Schaut euch an. Und gebt euch ganz leicht nur die Lippen berühren. Nur die Lippen berühren. Schau nicht. Kann ich das mit Elie machen? Okay, fertig. Okay. Eins, zwei, drei. Holt die Karten raus. Schaut einfach mal nach, was mit den Karten passiert ist. Ich habe die so voll gesappert. Ich auch. Das geht gar nicht. Das geht nicht. Schaut einfach mal nach. Vielleicht hat uns verarscht. Aber du kannst gar nicht meine haben, weil ich habe ja vorher die im Mund. Ja. Ist es meine Schrift? Nee. Ist das ekehaft. Melina, ich hatte einen intensiven Zungenkuss. Was hat den gemacht? Intensiver Zungenkuss und haben da das Ding ausgetauscht. Warte mal, was steht denn das? Sein Design-Künstler-Lamme und ich habe gesehen, wie er das draufgeschrieben hat. Meine Idee war, er hat dir schon als erstes das gegeben, aber das macht keinen Sinn, weil du hattest... Aber er hat es doch vorhin auch gebraucht. Ja, deswegen. Deswegen macht das ja keinen Sinn. Einzige logische Erklärung ist, wir hatten einen dicken Zungenkuss, aber das ging nicht so schnell. Kann ich es mal mit Kalle machen oder so? Soll ich jetzt einen Trick lernen? Ja, ich will, dass du einen Trick lernst und also, dass er dich 15 Minuten wegnimmt. Schaffe ich da einen Trick? Ehrlich? Ich habe mir was überlegt, ich glaube, das kriegen wir hin. Okay, gut. Lass klang. Meine Damen und Herren, darf ich präsentieren, zum ersten Mal auf dieser Bühne, unser Meister-Magier der ganzen Welt, Ehrlich. Ehrlich! Ehrlich! Ich kenne dich! Ehrlich! Ich kenne dich! Bitte, mein Gott, nein! Was ist das? Ehrlich, der Beste! Prümer! Okay, ich habe heute einen Trick für euch vorbereitet. Das ist mein Lehrer, falls ich den nicht ganz ausfüge, das hat mir wirklich als sein Bestes getan. Aber haben die ja ein bisschen geschah? Sehr, sehr gut. Ich wäre hier und ich gucke rauf. Was? Ich gucke auf die Hände. Du machst meine Hände, ich gucke auf die Hände. Ich gucke auf die Hände. Also, sollst du mal eine Karte haben? Nicht so handfertig. Sollst du mal eine Karte haben? Äh, die! Irgend eine! Die, die! Oder eine andere, bitte! Die da! Die bitte! Sicher! Ja, dann nimm die. Hast du. Jetzt musst du sie allen Leuten dann auch... Aber du musst dich um... Achso, ich muss ja sagen, ich mache das. Ich werde versuchen, die Karte da zu markieren. Ich werde das auch nicht vor euren Augen machen, dass ich die nicht irgendwie gucken kann. Ich werde meine Augen zumachen. Alles so, wie ihr es wollt. Aber ihr müsst ihr erst einmal die Karte zeigen. Und ich drehe mich da. Ich mache meine Augen zu und mache mir ein Ding. Mach die Augen zu. Genau. Hallo! Hallo! Willst du den Nass gesehen? Ja! Nimm den! Ja, ich kann den Nass. Du bist schlecht! Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Wie lachst du? Oh, die Robbe! Hast du die Karte gesehen? Hast du die Karte gesehen? Ja, jetzt stecken wir deine Karte da rein. Egal wo? Ja, also mach. Kann ich die selber reinstecken? Ja, ich stecke. Er wird jetzt versuchen, hinter seinem Rücken deine Karte zu finden, zu markieren und auf eine Art und Weise sichtbar zu machen, dass ihr ihm wirklich glaubt, dass es seine Karte ist. Wir haben Anastop in der Cam gesehen. Also ich versuche sie jetzt irgendwie zu spülen. Wo ist sie? Wo ist sie? Irgendwo muss sie sein. Ich such sie. Das ist Schaumkarte. Ich such sie. Ist sie irgendwo? Ich weiß es nicht. Ist vielleicht cool, wenn wir das jetzt gucken. Ähm. Okay. Ich such jetzt mal deine Karte. Richtig geil wäre es ja, wenn deine Karte irgendwie markiert wäre. Mit meiner Magie. Dann gucken wir uns den Lachs einfach mal an. Mhm. Und... Ist das deine Karte? Nee. Das sah gerade richtig aus. Die erste Runde ist immer zu versuchen, zu verstehen, wie ihr das wollt. Das gehört dazu. Das gehört dazu. Also es war sicher nicht deine Karte. Wäre vielleicht cool, wenn wir beide Karten finden würden, oder nicht? Wenn ich das jetzt nochmal so machen würde. Wir machen jetzt noch eine. Such dir noch eine aus. Weiter, 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 weiter. Hier! Die ist es. Ja. Und ich konnte deine erste Karte auch nicht sehen. Ah. Die? Mhm. Und drei. Ist aber auch komisch, oder? Mhm. Hast du gezeigt? Ja. Du musst... Oh mein Gott. Hast du drinne? Ja. Dann versuche ich sie jetzt doch mal zu finden. Vielleicht ist es jetzt da. Die erste Karte war so unmagell. Das spür sie es. Ich muss mal gucken. Ich muss gucken. Irgendwo muss sie sein. Ich konnte sie auch nicht sehen. Okay. Ich glaube jetzt habe ich sie. Sieht gut aus? Gut, dann fangen wir jetzt mal an. Das läuft alles nach Karten. Ich höre. Ist das etwa... Zeit lang! Warte, halt mal China, man sieht es nicht. Ist das einfach eine Karte? Äh, du hast mir einfach verkehrt. Ist das... ...die Karte... ...von euch gewesen? Was ist das? OK! He! He! Wie hab ich das gemacht, Jess? Wie hab ich das gemacht? Wie hab ich das gemacht? Iutes! Aber weißt du wie? Ich glaube nicht, du weißt wie. Darf ich denen erklären? Das war ein bisschen tricky für mich zu erklären, weil du musst es so handgreiflich hinbekommen. Du musst die hier so nach unten und das musst du dann das Deck umdrehen, so, dass du dann so hochkommst. Du darfst dich so hochkommen. Beim ersten Mal bin ich so hochgekommen. Du musst das umdrehen, die Karte und das Deck einmal und dann gehst du so hoch. So, dann steckst du jetzt deine Karten wieder so rein und dann siehst du quasi... Jetzt hier und jetzt gehst du wieder nach hinten und du machst die Karte wieder hinten offen. Und dann musst du wieder das Deck umdrehen und musst so rein. Und dann... Ja, aber cool. Aber was das Problem war, du hast es zu hoch gehalten. Wir haben von unten gewinnt. Ja, vielleicht im Stehen. Im Stehen muss man so. Wenn du sie zum Beispiel rein tust, ist immer eine Sache. Die Sache ist natürlich, es wird immer schwieriger, wenn man hinten... ...die so hinter den Brücken macht. Hast du gerade die Karten hinter den Rücken so gespinnt? Ah, Wichser! Was wir gleich machen können ist... Wer war heute noch gar nicht dran? Rohat! 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 Hast du dein Handy dabei? Ich würde mein Handy nehmen, also eigentlich brauche ich nur Tassenbrecher. Wahrscheinlich vertraut mir keiner, wenn ich mein eigenes Handy nehme. Okay, Rechner brauchst du, ne? Ja. Das heißt, gerade ist nichts im Taschenrechner drin. Weil es ist äußerst wichtig, dass du gleich... Wir stellen mal so hin, weil da hinten ist ein Spiegel und ich, dass Leute denken, dass ich im Spiegel irgendwas gucke. Wichtig ist, dass ich die Zahlen gleich nicht sehe, okay? Das heißt, dreh dich ruhig so, dass ich die Zahlen nicht sehe. Ich bitte dich jetzt mal, tipp die erste Zahl ein, die dir so in den Kopf kommt. Wie viele Leute sind wir heute hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreinzehn, vierzehn... Plus 15. Einer ist im Haufen. Dann... Hast du plus 15 gemacht schon? Ne. Dann plus 16. Hast du mir vorher deine Lieblingszahl genannt oder war das... War das jemand anders? Muss ich mir an. Dann was ist deine Lieblingszahl? 69. Okay. Tipp sie ein. Und die nächsten Zahlen, mega wichtig, dass du sie mir nicht laut nennst, okay? Egal, was ich sage. Was ist dein Geburtsdatum? Dein... Monat? Nicht der Monat, sondern der Tag. Dein Monat, sondern der Tag. Okay, immer plus, ja? Also du machst immer plus diese Zahlen. Ja. Und der jetzt Monat? Willst du? Ja oder nein? Nein, du kannst selbst entscheiden. Nein. Nein, okay. Ich brauche was Persönliches von dir. Wirklich fass auf, dass es... Ich will nicht, dass es irgendjemand sieht. Plus dein Handy-Pin-Code. Drücke auf istgleich, dass es schnell verschwindet, dass du im Prinzip dein Pin nicht mehr sehen können, ja? Weil wenn du istgleich drückst, sehen wir ja die Summe wieder. Hast du schon eingetippt? Ja. Okay, dann istgleich. Ja. Okay. Diese Zahl... Darf ich... Darf ich haben? Nein. Also... Es passiert nichts. Das Ding ist, wir haben jetzt eine Zahl. Ich zeig's dir mal kurz auf den Zuschauern. 280.313. Ja. Das heißt, die ist jetzt daraus entstanden, dass wir dein Lieblingszahl, wir haben eingetippt, wie viele Leute wir hier sind, wir haben deinen Geburtstag nicht im Monat eingetippt, noch so ein paar persönliche Sachen und am Ende noch was Persönliches, das wirklich keiner wissen kann, der im Handy-Pin kommt. Ja. Sagt dir diese Zahl etwas? Es ist ein reines Experiment. Manchmal passiert es, dass diese Zahl tatsächlich, weil wir so viele persönliche Sachen reingeben, kann es sein, dass es irgendwie Geburtstag von deiner Mutter ist oder sowas? Ein Datum oder sowas? Nein. Nein? Also 218.000... Nichts. Ja. Okay, scheiße. Okay, dann mach ich's mal weg, weil wenn die Zahl ja nichts für dich heißt... Hm. Sehr interessant. Ne, okay, das war jetzt mal so eine kleine Vorbereitung. Kannst mal wegmachen. Das ist nichts Schlimmes. Heißt nur, dass diese Zahl jetzt nichts für dich heißt. Heißt aber auch, dass wir jetzt irgendwas mit dir... Hm. Ich überlege jetzt, Alter. Hol mal nochmal deinen Taschenrechner aus. Wir probieren was aus. Wenn diese Richtung funktioniert, kann es sein, dass das andere wieder zusammengefallen. Weil das Ding ist, ihr müsst verstehen, sorry, dass es vielleicht gerade so ein bisschen wirkt, dass ich keine Ahnung habe, was ich mache. Das Ding ist, bei Mentalmagie ist es nicht immer so, dass es wie bei einem Kartentrick ist. Ich ziehe eine Karte, ich finde eine Karte auf eine krassere Art und jetzt auf eine krassere Art. Das ist immer von Situation zu Situation. Okay. Du hast einen Taschenrechner? Ja. Okay. Mir ist wieder wichtig, dass ich es nicht sehe. Tipp, irgendeine dreistellige Zahl. Du hast jetzt eine Zahl, mach plus dieselbe Zahl, aber umgekehrt. Das heißt, wenn du 1, 2, 3 eingetippt hast, plus 3, 2, 1. Das heißt, du hast jetzt eine random Zahl, die da steht. Ja. Okay. So viel darfst du mir verraten, ab dann darfst du mir nichts sagen. Die random Zahl darf ich jetzt sagen. Diese random Zahl nicht sagen. Ja, okay. Diese Zahl, die jetzt rausgekommen ist, sag mir nur, wie viele Stellen sind es. 1, 2 oder 3 Stellen oder 4, 5? 4 sind es. Dann merkt ihr, dass es 4 Stellen sind. Wem würdest du jetzt das Handy anvertrauen? Willi. Willi? Willi, komm mal vor. Okay, darfst du es wieder setzen. Jetzt tipp du irgendeine dreistellige Zahl ein. Plus dieselbe Zahl, aber umgekehrt. Okay, wie viele Stellen hat diese Zahl? 4. 4. Okay, das heißt 4, 4. Aber es sind unterschiedliche Zahlen. Aber warte, das wissen wir nicht gar nicht. Gib mir noch eine Sekunde. Ich lösche das wieder. Aber du merkst dir, 4 Stellen sind es. Merk dir 4, merk dir 4. Ich versuche später nochmal drauf. Nur die Stellen merke ich. Nur die Stellen jetzt erstmal. Okay, setzt euch wieder. Okay, alles gut. Wir machen kurz was anderes und dann schauen wir, ob wir mit dieser Info irgendwas anfangen können. Weil, wie gesagt, bei Metall AG muss ich erstmal was zusammen triffen. Komm, ich nehme dich einfach mal, weil du schon da bist. Wir lassen dich mal kurz eine Karte ziehen. Hier. Jetzt zeig dir ruhig einmal kurz im Publikum hier um. Darf ich kurz? Okay. Wir machen gleich folgendes. Er sagt Stopp, wann du willst. Stopp. Platzierst die Karte wieder ein. Noch ein letztes Mal darfst ihr es sehen. Und wir werden jetzt seine Karte wieder ein Spiel so ein bisschen verlieren und gleich versuchen sie wiederzufinden. Aber auf eine besondere Art und Weise. Das Ding ist, wir können einmal so gehen, dass die Jungs hier auch was sehen können. Folgendes. Viele Leute, es gibt Leute, die können Karten finden auf verschiedenste Arten und Weisen. Ich habe es euch ja heute schon auf viele Arten und Weisen gezeigt. Wir haben es irgendwie im Handy gehabt, wir haben es irgendwie in einem Kondom gehabt. Aber was, wenn ich wirklich die Situation hätte, dass ich meine Hände nicht hätte? Weil bis jetzt habt ihr gesehen, ich brauche immer meine Hände dafür, um irgendwas machen zu können. Ich habe mir ein anderes Körperteil antrainiert. Und mal schauen, ob dieses Körperteil genauso gut Karten finden kann, wie meine Hände. Bist du bereit? Ja. Okay. Bist du bereitstiegst, wenn du bist, wie meine Hände. Das ist unser Gericht, wenn du ausprobierst hab. Ich habe es gerne. Ich habe das chaat an. Und zwar Anrainer die Karte. Das geht um den Ruhm. Das ist nur Gericht. Ja. Hm? Nein. Hm? Nein. Hm? Es tut mir sehr leid, ich habe mich gar nicht vorhanden, an einer Karte ein bisschen verschluckt. Könntest du uns zum ersten Mal sagen, was waren die Karten, die du bezogen hast? Vier schwarz Blattfilme. Okay, zum Glück habe ich nicht eine richtige Karte. Kann es sein, dass ihr beide vierstellige Zahlen habt? Ich weiß nicht, ob sie zusammenhängen, aber manchmal ergibt sich das, dass dann zufällig Sachen zusammenhängen. Ich weiß es nicht. Hast du deinen Händler? Wir probieren kurz was dann raus. Okay, ich habe die ganze Zeit an einer dreistelligen Zahl gewählt. Denk an eine dreistellige Zahl, die hofft. Dreistellig? War doch gerade vierstellig die ganze Zeit. Am Ende. Die hatten am Ende durch Zufall dann beide vierstellige Zahlen. Okay, soll ich das eingehen? Dreistellige Zahlen. Okay. Und jetzt subtrahieren von dieser Zahl dieselbe Zahl aber umgekehrt. Das heißt, wenn es eins, zwei, drei ist es minus drei. Ach so, ich muss es im Takt, im Rechner muss ich sagen. Ja, ja. Okay, 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 okay. Umgekehrt jetzt? Ja. Minus Zahlung. Das hat einen mathematischen Hintergrund, deswegen kommt immer vierstellig raus. Ich sage es dir gleich wieso, deswegen zeig es dir. Okay. Mach jetzt gleich. Ja. Wie viele Stellen hat es? Zwei. Okay. Wir sehen erstmal schon mal, es kann unterschiedliche Stellen liegen. Mit welcher Hand tippst du eher? Rechts oder nicht? Rechts. Kannst du mit der rechte Hand gehen? Mit der Hand tippst du öfter. Ja. Okay. Versucht nur an diese... Nicht nur tippen übrigens. Oh, oh. Hätte ich... Okay. Du solltest auch. Du solltest auch. Du solltest auch. Versucht nur an die erste Zahl zu denken. Oder sag du mir die erste oder die Zahl. Von was jetzt? Das Ergebnis oder was ich mir ausgesucht habe? Ergebnis. Okay. Erste oder zweite Zahl? Zweite. Egal. Die Finger reichen hier nicht, aber ich spür was Höheres. Eine 9? Diga. Das glaube ich jetzt nicht. Und es ist... 99. Diga. Fick dich. Das geht. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Aubert. Fick dich. Warte mal. Diga, krass. Ey, ey, ey. Ganz krass. Ganz krass. Ganz krass. Okay, bitte. Alle weg. Alle hier weg. Ich will das nochmal. Aber wieder mit ihm? Der Chat, die Kamera muss hinter mir kommen. Du musst das filmen, was ich eingebe. Ganz kurz. Ich will nur, dass du verstehst. Wir haben ja beide auch Zahlen eingegeben. Und Omid hat an eine Zahl, an eine Karte gedacht, die dann das war. Bro, ich will das nochmal. Aber Omid hat mich jetzt kurz rausgekommen. Er hat mir gerade gesagt. Wisst ihr was? Imovondi. Ich zeig das jetzt. Ich schwöre auf das Leben von Mandi. Ich hab nichts gemacht. Mach die Augen zu. Mach die Augen zu. Du hast dein Taschenrechner offen? Ja, ich hab mein Taschenrechner offen. Das heißt, du tippst jetzt wieder irgendeine dreistellige Zahl ein. Wir wollen es halt ein bisschen komplizierter machen, deswegen. Okay. Minus. Ja. Dieselbe Zahl aber umgekehrt. Also wenn es 1, 2, 3 ist, minus 3, 2. Okay. Minus. Also deine Zahl aber umgekehrt. Auf Ist gleich. Okay. Das heißt, da steht jetzt eine andere Zahl. Da steht jetzt nicht nochmal 99, oder? Nein, nein, nein. Okay. Gut. Merk dir diese Zahl. Okay. Mach dein Taschenrechner aus. Und wenn du, wenn ich nichts mehr sehen kann, dann sag dir ihm, dass er die Hände weg machen kann. Das heißt, du hast jetzt wieder eine Zahl. Ja. Du würdest mir helfen, wenn du mir sagst, welche Stellen sie hat. Weil sonst muss ich viel geraten. Drei. Drei Stellen. Soll ich die erste oder dritte Stelle erraten? Dritte. Dritte. Kannst du alles? Kannst du alle? Wir werden, das Ziel ist, das alle rauszufinden. Ich muss bei einem mit einer anfangen. Oh, ich hoffe sehr. Ich weiß nicht wieso. Es ist nur ein Gefühl. Kann sein, dass ich auch falsch liege. Okay. Kann es sein, dass die dritte Zahl... Soll ich wieder hier irgendwas machen? Eine 6 ist. Ja? Ja? Ja. Okay. Aber ich glaube, hier ist was Mathematisches. Muss Mathematisch sein. Die erste Zahl oder die zweite Zahl? Warte. Soll ich erraten? Die erste. Hast du wieder mit rechts getippt? Ja. Das ist alles Show. Mit rechts tippen. Drei. Ja? Und die mittlere Zahl? Du bist sehr schnell gewesen, weil du hast schon mal diese Zahl vorher gehabt. Deswegen 1, 9, 3, 3, 9, 6, 10. Was ist? Oh mein Gott. Ja, aber es muss ja was Mathematisches. Ich mach das jetzt gut anrufen. Es ist nicht Mathematisch. Es muss Mathematisch sein. Okay, warte mal. Ich habe es 10 mal getestet. 4, 6, 9. Und jetzt mach 9, 6, 4. 9, 6, 4. Ja. Geil gemacht. 4, 9, 5. Okay, die zweite Zahl ist 9. 3, 2, 6, minus 6, 2, 3. Ist wieder eine 9. Die zweite Zahl ist immer eine 9. Aber was ist mit 2 und 7? Das check ich auch nicht. 7, 6, 4, minus 4, 6, 7. Wieder eine 9. Es ist irgendwas. Ja, aber er hat dich doch gar nichts gefragt. Das ist Mathe. Edi, er musste aber alle 3 zahlen. Was stimmt? Das geht gar nicht. Wie soll das Mathematisch sein? Ihr könnt doch nicht alle Zahlen wissen. Ist eine Kunst. Das ist eine Kunst. Das sage ich dir wirklich so wie es ist. Ich habe mega gefreut, dass ihr mich hier eingeladen habt. Also das war wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Cooler Sache. Ich habe bei euch nichts bekommen. W ist in den Chat. W ist in den Chat. Nasentrick mit Edi. Klingst du den Nasentrick nochmal hin? Okay, nur weil wirklich ihr gerade sehr hart fragt. Mein Abschluss für heute, Leute. Wir kriegen das hin. Also im Prinzip, wir versuchen dasselbe wie vorher. Dass wir euch beide auf irgendwie eine Art und Weise verbinden. Dass ihr, sage ich jetzt mal, eure Connection mehr spürt, als ihr es vielleicht sonst tut. Weil normalerweise, ich sage es euch ganz ehrlich, man kennt es bei Zwillingen. Diese Verbindung können auch andere Leute zueinander entwickeln. Nur man muss vielleicht ein bisschen nachhelfen. Also es ist jetzt nicht so, dass es immer direkt funktioniert. Deswegen versuche ich euch mal nachzuhelfen. Ich bitte euch mal eure Augen zu schließen. So, ich versuchte euch noch ein bisschen. Noch keine Angst haben. Dass ihr euch ein bisschen an ein paar Berührungen gewöhnt. So nicht, dass ihr denkt. So. Wir machen jetzt einen ganz einfachen Test. Test Nummer 1 ist, spürt ihr was oder nicht. Okay? Wie vorhin passiert es genau dasselbe. Ich fasse euch an, aber ihr haltet noch innen. Und wenn ich euch frage, dann sagt ihr mir dies jetzt. Okay? So. Habt ihr eine Berührung gestürt? Ja. Ja. Okay. Wo? Kopf. Kopf. Okay. So. Konzentriert euch wieder. So. 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 doof. So. 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 Using lying. So. Yabe. So. Bis zum nächsten Mal.